Hallo, mein Name ist Ingrid Pischonek und ich zeige euch jetzt die Farbgele, mit dem ich heute das winterliche Design gearbeitet habe. Zuerst habe ich ein Full Copper aufgetragen mit Emerald Green von Harald Glöckler. Das Ganze habe ich ausgehärtet und danach seitlich etwas Extremsilberglitter aufgetragen. Und auch wieder im Lichthärtungsgerät ausgehärtet. Dann habe ich eine ganz dünne Zwischenschicht Highgloss aufgetragen und kurz angehärtet. Daraufhin habe ich mit einem ganz feinen Pinsel mit Ingrid Secret Smile Nummer 1 das winterliche Motiv aufgemalt. Das Ganze wurde ausgehärtet und im Anschluss noch einmal versiegelt. Wieder mit Highgloss und vier Minuten ausgehärtet. Gesamtversorg 1 2 Über 1 2 3